hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video welcome back on my channel ich versuche heute mal was anderes es schwirrt ja überall die larimar technik rum t&art hat ein ganz tolles video dazu gemacht julie von pouring your heart out hat ein ganz tolles video dazu gemacht und ich dachte mir ich probiere das auch mal allerdings etwas anderes so i thought i will try a different kind of larimar t&art has made a wonderful video julie from pouring your heart out made a wonderful video about the larimar and i wanted to give it a try but i will do something different so i mixed up some white i mixed up some pearly colors like this pink and the yellow i mixed up some transparent purple and i have some clear resin also ich habe mir hier ein paar farben angemischt ich habe hier dieses transparente lila ich habe ein bisschen pearl also ein bisschen schimmernd dieses pink und gelb und fange im grunde mit dem weiß an bei der larimar technik fängt man ja mit dem weiß zuerst an und gießt dann transparent und klar und ich dachte wir machen es ein bisschen anders wir machen das ganze ja ein bisschen mit pearl color noch ich muss gerade hier einmal bläschen entfernen deswegen einmal kurz mit dem fön drüber und dann geht es weiter ich war mir hier nicht so ganz sicher ob meine form gerade ist deswegen weil unten sieht man noch diesen rand deswegen muss ich noch mal ganz kurz gucken ob meine ob mein tisch in waage ist passt aber alles so with the larimar technik you start with your white and then you pour your transparent colors and the clear i will do the same i will start with my white but then i will make the dali puddle pour so i try to combine it a little bit and just see what we're gonna get so i will start with my white and then i take my transparent purple and pour this into the mold and then we will add the puddle pour as you have probably seen in previous videos and yeah that's basically it also erst das weiß dann kommt das transparent und bei der larimar technik kommt vielleicht jetzt noch eine zweite farbe transparent und dann wird mit klar aufgefüllt und das war's und ich dachte wir machen jetzt hier einfach dass diese von der dali blume was ihr vielleicht schon gesehen habt diesen puddle pour gab es in einem vorherigen video und das kombinieren wir einfach also ich habe hier noch ein etwas stärkeres weiß ich hatte zu wenig angemischt und dachte haf machen wir ein bisschen weiß in reserve da ist mir ein bisschen viel weiß rein gerutscht wir nehmen es einfach deswegen fange ich mit dem weiß jetzt an und jetzt gieße ich abwechselnd wieder wie bei dem puddle pour weiß farbe weiß farbe so this is another batch of white i mixed up some white i thought oh probably it's not enough i will do some extra it's a little bit stronger than the first white i took accidentally a little bit too much white so i thought we will just use it let's see what will happen so now i'm just pouring my little puddles always the white the color the white the color i made a pearly color you don't have to you can use just transparent colors i tried the pearly colors and yeah just pour the puddles and basically that's it so i take my red the rest of my yellow the rest of the white and then i will just fill up the mold with clear also ich mache diese puddles immer abwechselnd ende mit dem gelb fülle das ganze mit klarem harz einfach auf bis die form voll ist und dann nehme ich noch ein bisschen glitzer für die mitte da könnt ihr nehmen was ihr wollt ihr könnt es auch einfach sein lassen ich habe hier von laura's art corner ich glaube das ist sunny meadows oder so ich habe den namen vergessen das ist dieser schöne grün gelbe glitzer so i will do my center with a little bit of glitter from laura's art corner i think it's called sunny meadows or something i forgot the name i have it upstairs it's just a wonderful kind of yellow green chunky mix and i thought this will be pretty in the center hopefully with the yellow we poured in so yeah i will link also everything down in the description box i will link laura's art corner's website laura's art corner yeah laura's website whatever i will link her website i also have a coupon code check out her website because her glitter is just amazing she has really stunning colors so i will link it down below and now i just push the resin into those little crevices at the edge and then we will let this cure also ich verlinke euch laura's webseite laura's art corner und da könnt ihr mal shoppen oder gucken gehen weil der glitzer ist echt mega ja und jetzt pule ich einfach nur das harz noch so ein bisschen in den rand rein da sind immer so diese kleinen das ist ja diese diese etwas diese live edge also diese nicht ganz geraden kanten und da schubst sich das harz noch ein bisschen rein einmal grad bläschen entfernen und dann lassen wir das ganze auch schon aushärten so i will just push down the glitter try to adjust a few things and then we will let this cure so es ist der nächste tag wir können in form so it's the next day this is how it looks like right now and now we are ready to demold i'm really curious because i've never done larimar so let's see what happened ich habe noch nie larimar gemacht noch nicht wirklich habe mich damit noch nicht befasst aber so sieht das ganze aus und ich finde es total toll also ich mag das wirklich super super gerne hat wunderbar geklappt und ich zeige euch jetzt noch wie ich die ränder bearbeite so i think it turned out really beautiful and now i will just show you how i kind of pimped up my edges ich habe hier von ideen mit herz die royal flash farben wenn ihr etwas sucht um eure kanten farbig zu machen nicht nur gold silber sind diese farben mega mega toll die sind deckend die sind schimmernd die sind echt super die gibt es bei www ideen mit herz.de und das ist jetzt die farbe lavendel also lavender das ist eine metallic farbe und ich male nicht den kompletten rand mit allen ecken sozusagen an sondern ziehe mir das nur über diese oberfläche und mache dadurch diese hervorstehenden dinge ein bisschen schimmernd das ist die farben sind toll die gibt es glaube ich in ich weiß es gar nicht 40 verschiedenen farben oder so die sind wie gesagt mega deckend super super farben so i will just take my colors these are from a german website ideen mit herz which is translated ideas with heart it's royal flesh metallic acrylic paints these are amazing really really amazing this is the color lavender lavender and they have i think about 40 different colors they are opaque they are really metallic and i just paint this over those rough edges just to give it a little bit more of a shimmer and shine and yeah it really it really transforms your edges which are beautiful by the way anyway because you have the white in those edges you have the purple you have the darker purple these live edges from those molds they are always pretty interesting and not just plain edges but with this color it turns out so beautiful so metallic and it just gives it just gives your piece a whole nother level so i really really love those colors and i will just paint those rough spots i don't paint the whole side just those rough spots i paint with this color to give it an extra sparkle and extra shine and yeah it's an acrylic paint so you just have to let it dry you are finished and your piece looks stunning i will show you some pictures in the end we will just finish finishing painting and then yeah we are done also i mal that ganze jetzt noch schnell an das ist wie gesagt super schnell gemacht ich tippe immer ein bisschen farbe auf den pinsel und streife das am rand ab weil ich möchte nicht zu viel drauf haben einfach nur diese äußeren ecken bisschen angemalt und ja diese formen mit diesen live edges wie man sie nennt die sind ja sowieso schon total interessant weil man hat das weiß da drin man hat die farbe da drin das harz zieht sich ja immer irgendwie komplett anders da rein das heißt diese ecken sind so oder diese ränder sind sowieso schon immer total spannend aber mit dieser farbe obendrauf gibt es irgendwie noch mal es gibt irgendwie noch mal so ganz ganz extra schimmer und ja es ist es verändert dieses ganze stück einfach noch mehr und macht es wirklich super super schön guckt auf jeden fall mal auf der webseite die farben sind echt nicht teuer und es gibt wie gesagt super viele davon und es ist eine alternative zu diesem gold ich liebe ja diese deko color stifte die gibt es in gold silber kupfer und rosé gold und das war's und andere farben wenn man mal wirklich was außergewöhnliches haben will gibt es so nicht und da kommt diese farben ins spiel die gibt es wirklich in allen varianten so das war's wir lassen das ganze ein bisschen trocknen und im grunde sind wir jetzt schon fertig und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen hinterlasst mir wie immer gerne einen daumen hoch abonniert meinen kanal und wir sehen uns im nächsten video so that's it for today i hope you like this video leave me a thumbs up as always subscribe to my channel and i will see you in the next one bye bye you